Norddeutschland 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 Und Mama, das haben wir alles gratis jetzt. Nein, fast. Nein, nein, das ist nicht wahr. Aber viel Liga. Das ist einfach sowieso billig. Und deshalb wollen so viele. Aber warum? Wir haben gerade es jetzt losgeworfen. Ja, und bei so viel Rechnen wollen, kann man einfach teilnehmen an einer Auslosung. Die Gahre an diesen längeren Wochenenden wollen besonders viel. Ja, ich habe jetzt Hande schon erzählt, dass wir das alles aufs Rappen haben. Ach, das kostet Tausend. Das ist 150. Für drei Tage. Eigentlich drei Menschen hätten wir gestern Abend übernachten können. Aber da war nie mehr fertig geworden in dieser Vorbereitung. Ich meine, man kann dann zu acht sein. Ja, ich verstehe. Oder sogar noch mehr. Und dann noch diese schöne Wette. Hört dann gerne mal einfach aus. Nur so vor der Hütte. Und dann ein bisschen so schnell liegen. Ein bisschen auszupfen mit Minis. Ja. Ja. Ja, ich danke. Wir kommen in Ustahåse um 5-6 Minuten, Ausstichung von venster Seite. Wir kommen in Ustahåse um 5-6 Minuten, Plattform auf der Seite. Wir kommen in Ustahåse, unter der Meldung oder Kreuzkirchen, Schlage, Plattform auf der Seite. Das war's für heute. Nein, ich finde, ich finde, ich weiß nichts mehr. Ja? Das ist die Fertig. Ich denke, ich bin mir. Ich bin mir schön. Das ist ein Liebespieler. Das ist eine Strecke. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist unten. Ja, das ist unten, unten. Nein das ist unten, unten, unten. Das ist die Strecke, das ist ein Tuner, aber. Ich bin schon. Die Strecke Wir fahren nach Ustad-Ose. Wir fahren jetzt 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 nach Ustad-Ose.